So, wir sind hier gerade im Livestream dran gewesen. Ihr seht schon, Ausdauer, Welle 30, ganz entspannt geschafft. Grüße gehen erstmal raus an Hans, an Luke und den anderen Luca, meine ich. Bin mal gespannt, wie viel XP jetzt das Ganze gibt. Ich glaube, wir waren jetzt zwei Stunden, bisschen mehr als zwei Stunden. Ja, Hans, natürlich der mit dem meisten Schaden, weil es war sein Sturmschild. Natürlich, die Fallen zählen auch dazu. Also, dann gehen wir mal raus. Ich bin mal gespannt. Gut, die EP, die sind mir egal. Kiste. Wow. Ding, ding, ding. So. Ich hoffe, mindestens 300.000 will ich mindestens haben. GG, Hans. Aber ich sage euch ganz ehrlich, das kannst du am Tag auch keine fünfmal machen. Der wird ja wahnsinnig wenig machen. Beute Level 6. Hat man eine Idee? 6 ist doch die höchste, oder? Oh ja, ganz wichtig. 366.000 XP. Ich würde sagen, kann man mal machen, oder? Also, wie gesagt, wenn ihr Rettet die Welt habt, guckt ab und zu mal ins Team rein. Das hier werde ich auf jeden Fall nicht fünfmal machen, oder so. Oder wir machen es einfach mal bei irgendeinem, einfach mal reingucken. Ich sage ja, das ist ja alles so zeitlich begrenzt. Aber ihr seht es ja, 366.000 XP für ein bisschen Rettet die Welt spielen. Rechnet euch das mal um, wie viele Runden ihr damit im normalen Modus spielen müsst, beim Battle Royale. Ja, genau. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß. Erstmal danke für den ganzen Support. Ich sage ja, die Aufrufe, Kommentare. Ich sage ja, ich freue mich über jeden Kommentar, jeden Like. Alles hilft mir weiter. Und in dem Sinne, erstmal nur so ein kleines demonstratives Video, wie man XP farben kann. Und in dem Sinne, haut rein. So, was kriegen wir jetzt eigentlich noch? Ach, ich kriege ein Trollschatz, Lama. Ach, wunderbar. Und das Banner. Also, in dem Sinne, haut rein.